Hallo meine Süßen! Hi, ich bin wieder. Ich will euch heute zeigen, wie man Make-up No Make-up macht, mit drei verschiedenen Produkten. Nämlich, ich habe vom Chanel diese Essentiel Palette. Da hast du Concealer, Highlighter, Rouge und Lippenstift. Dann habe ich noch vom Chanel die CC Cream, was ich sehr sehr liebe, 50er Schutzfaktor in Farbe 30. Und meine Lieblingsmaskara, Monsieur Big von Lancome. Selbstverständlich, wie ihr seht, meine Haut ist sehr schon gesätigt von Feuchtigkeit. Ich habe dafür verwendet Hydra Sparkling von Givenchy und die Augenpflege. Ich verwende es als Augenpflege, obwohl das ist eine Augenmaske. Das ist vom Sisley. Masque Contour de Yui. So, also mein Wimpernduscher habe ich jetzt verloren. Eine Sekunde bitte. So, also ich fange an. Es ist ein Make-up eigentlich, der man auch ohne großartige Spiegel und Pinsel machen kann. Ich fange an mit der BB Cream. Na, Entschuldigung, CC Cream vom Chanel. Und ich droge es einfach ganz, ganz schnell, ganz leicht auf mein ganzes Gesicht. Ich finde diese Sachen, also die unkomplizierten Produkte, finde ich super. Vor allem, du kannst es überall verwenden. Ich trage es ein bisschen über dem Lid. Wie man sieht, bitte, es ist schon ein großer Unterschied zwischen dem und dem. Mein Tön ist ebenmäßiger. Du hast einen schönen Glanz, also Feuchtigkeit. Ich liebe das. Vor allem im Sommer. Ist mega. Ich finde heute die Haut ist ganz toll. Gestern habe ich die Needling gemacht, plus die Ambulin von Markaya. Ich habe eh ein Foto in Facebook und Instagram hingestellt mit den Links eigentlich von Mariono, die ihr kaufen könntet. Und jetzt, vor allem bei 30 Prozent, man findet sehr, sehr coole Sachen dabei. So, okay. Also, ich finde, das Resultat ist ganz toll. So. Und jetzt nehme ich meine Palette, die Essenzielle Palette von Chanel, 150 Beige Clear. Hier. Und jetzt habe ich einmal meine Concealer zum Auftragen. Genau. Ich verwende ein bisschen hier. Genau. Ich finde das ganz toll. So. Unter die Augen. Ich weiß, mit den Fingern ist das nicht so cool. Aber, wie gesagt, mit diesem Tipp könnt ihr auch leichter Make-up machen. Wenn ihr zum Beispiel am See seid, auf eurem Boot oder schnell im Auto, schnell ein Make-up machen, vor einem Meeting oder ein Date. So. Gut, gell? Mhm. Dann nehme ich, das ist ein Rouge, aber ein Liebenstift zugleich. Und ich trauge mir ein bisschen frischer mein Gesicht und ich blende es aus. Nur ein bisschen Schimmer, nur ein bisschen frischer zu schaffen in eurem Gesicht. Nur ganz wenig. Nicht zu viel. Aber ich finde, ich schaue frisch aus. Bitter. Und die gleiche Farbe verwende ich aus den Lieben. Ich denke mal generell, man muss sie ein bisschen, ihr eigenes Gesicht kennen. Dass man weiß, okay, die Lieben brauche ich so mit meinen Fingern, meine Augen, meine Knochen. Wankerlangen sind so. Ihr müsst ein bisschen schauen, wenn ihr Zeit habt, wie viel, wie euer Gesicht soll ist, gell? Okay. Und das überflüssige Produkt trage ich einfach auf mein Lid, ein bisschen frischer zu schaffen. Ich finde es als easy, No-Make-up-Make-up-Look sehr toll. Vor allem die Produkte sind ganz schön. Ich liebe, weil mein Gesicht ein bisschen glänzt. Das zeigt viel Feuchtigkeit und frischer und es steht für die Jungen da. Aber ich mache keine matten Geschichten allein. Okay. Zuletzt Wimpern-Dusche. Okay. Noch einmal die Produkte. Ich bin schon fertig. Es hat vielleicht sieben Minuten gedauert. Die Produkte habe ich verwendet. Chanel Palette Essentiel in Farbe 150 Beige Claire. Beige 30 CC Cream von Chanel. Monsieur Big, Mont Monsieur Big von Lancome. Simpel. Und ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Mein Video und dass ihr das auch ausnutzt und eure Produkte zu kaufen und verwenden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich. Nächste Monat sehen wir uns live. Buzi von eure Claudia. Buzi von der Buzi von der Buzi von der